Julien's Blog hat einen Song namens Grabrede hochgeladen. Die Single ist ein Diss-Track gegen den Rapper PA Sports. In dem Musikvideo begreift Julien diesen. Fast 70% der Bewertungen waren positiv. Wenn man den Hate nicht berücksichtigt, ist der Track sehr gut bei seinen Zuschauern angekommen. Auf Twitter schrieb Julien, vielen Dank für die überwiegend positive Resonanz. Grabrede ist der erste von 18 Titeln und das Intro zu Analyse 2. Er bringt also ein Album raus, wovon 17 Tracks noch nicht veröffentlicht wurden. Fans können also auf Neues von Julien gespannt sein. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.